Gut. Ja. Erika fährt die erste Runde. Du bist ein wenig schnell unterwegs. Mir gefällt alles, was ein Motorräder läuft. Closed the shop, sold the house, bought a ticket to the west coast. I'm afraid of you, afraid of you. M-M-M-Markey, you're filming the dirty things that you do to me. Markey, you're so dirty, a dirty, a dirty Markey. Oh, that's funny. Wait. No, 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 no! No, 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 no! No! Siehst du, Silvia, jetzt musst du endlich mal langsamer sein in deinen Bewegungen. Nicht immer tüt, 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 tüt. Langsam. Nicht immer tüt, 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 tüt. Tüt, 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 tüt. Tüt, 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 tüt. Du wärst schon mal dran gewesen, aber du wärst doch noch so gut. Das ist voll besser! Einschnebeln! Juhé! Das ist ja mal etwas anderes. einmal bin ich umgekeilt und sonst bin ich nicht umgekeilt oh mein gott sie sind gef歌 ihr seid verdammt bis ans Ende unserer Tage Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Überall hatten es Flyers, die aufmerksam machen auf die Sex-Verhaltungsweise. Sex, Frank? Nein, lieber nicht, Ed. Wir haben zu viel Arbeit. Und ich finde das ja richtig. Wie unsere Lehrerin, die anonym bleiben will, erzählt hat, ist der Schulbetrieb Heute hier in Allgill relativ normal weiter gegangen. Das ist ein ganz komisches Gefühl, macht einem fast ein bisschen Angst. Es war ruhig und fast, man kann sagen fast tödlich, kann man sagen. Der Tod, da ist er! Der Tod! Das ist doch nur Maggie! F wie furchtbare Fleischtüten. F steht für Freunde, die was unternehmen. 75F wie... F steht für Freude an all den schönen Blumen. Und 75F wie... Fuck you! Hahahaha! Liebe. Liebe ist für mich der Sinn des Lebens. Liebe ist, wenn es Landliebe ist. Man kann die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Dafür brauchst du einfach nur ein Lächeln, Positivität und viel... Landliebe Sahne Pudding. Alles was du gibst kommt doppelt zu dir zurück. Und jetzt neu Nuss Nougat und Milch Karamell. Das ist zu gut. Es war diese eine Nacht, der Vollmond hat uns angelangt. Dieser magische Moment, den man unbeschreiblich nennt. Wunder sagt man gibt es nicht, doch ich glaub ganz fest daran. Oh, Gott.